Beim heutigen Innovation Dinner gab es neben spannenden Vorträgen auch einen großen Block zum Netzwerken. Also gerade hier bei Pizza und Bier kam das voll zu tragen, dass dieser grenzüberschreitende Austausch Bayern-Tirol sehr wichtig ist und ich kann jedem empfehlen, nächstes Jahr einfach auch hierher zu kommen zur Tech Division nach Kolbermann. Das Innovation Dinner ist auf jeden Fall ein super spannendes Informat, toller Austausch, super Netzwerken, spannende Vorträge. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Als ehemaliger Startup Gründer ist Innovation ein Thema, mit dem ich mich ständig beschäftige, jetzt als Angestellter im Konzern, was manchmal zu kurz kommt und deswegen sind solche Abende wie heute bei der Tech Division für mich ein wichtiges Format, um am Ball zu bleiben und deswegen kann ich jedem empfehlen, kommt zu solchen Events von der Tech Division.